Servus, kommen wir wieder zu den OnePlus Buds Pro. Ich versuche das Ganze ein bisschen kürzer zu halten, denn bei einem Mainstream-TVs brauche ich, glaube ich, nicht so an alle Details eingehen. Kostenpunktlich bei 150 Euro gibt es das Ganze dann zwei Farbvarianten zur Auswahl. Einmal, wie hier zu sehen, Glossy White, wobei es nicht das weiße Gloss ist, sondern eine chromfarbene Stängel. Hätte ich persönlich lieber die Matte Black Version bekommen, da das dann eben schwarz wäre, das dunkle gehalten und eben auch matt ist. Sobald ich es öffne, habt ihr schon gesehen, hat das Ganze auch verbunden. Muss ich sagen, gefällt mir das Case an sich relativ gut. Haben wir hinten USB-C, vorne eine mehrfarbige LED, auch ein Deckel, der schön offen bleibt. Wobei der bei mir ein bisschen spielert und klappert, lassen sich allerdings die TWS leicht rausnehmen, was wichtiger ist. Ansonsten gibt es hier noch eine Pairing-Taste, können wir deswegen das zur Seite tun. Dass es ein USB-C-Kabel zum Laden gibt und ein paar verschiedene Tipps, muss ich hier, glaube ich, nicht extra wehnen. Auf den ersten Blick sehen sie ein bisschen klobiger aus im Ohr, allerdings fällt davon nicht mehr ganz so viel auf. Muss ich dann sagen, dass wir einen Ohrsensor haben und, ja, ich würde mal sagen, eine seltener benutzte Bedienung, dass es keine kapazitiven Tasten im direkten Sinne gibt, sondern ja eine Drückerkennung. Und das hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist definitiv, dass die, ja, ich würde mal sagen, Fehlbedienung definitiv reduziert wurde, denn selbst wenn ihr sie mal so nachkorrigiert und eben so berührt, drückt ihr nicht stark genug, um das auszulösen. Nachteil allerdings an der ganzen Sache ist, ihr müsst euch erstmal daran gewöhnen, da ein bisschen fester zu drücken und es ist jetzt nicht unbedingt die natürlichste Bedienung. Allerdings passt das schon nach einer Seile und da gewöhnt man sich dran. Kommen wir jetzt auch schon zum Komfort, an den ihr euch nicht lange gewöhnen müsst, denn die sind relativ bequem, wobei ich auch sagen müsste, die sind so ein bisschen Form vorgegeben. So wie sie eben im Ohr liegen, habt ihr nicht wirklich Spielraum wie bei manchen anderen, wo ihr jetzt zum Beispiel nach vorne oder hinten drehen könnt. Also die haben im Prinzip nur eine Position und je nach Ohr, ja, kann das jetzt ein bisschen Problem sein oder nicht. In meinem Fall am rechten des Normales sitzen die Einwand frei. Im linken haben sie halt einen komischen Winkel erwischt, wo sie ein kleines bisschen drücken. Allerdings selbst das ist immer noch ein gutes Stückchen bequemer als die meisten. Das heißt, ihr könnt sie stundenlang wirklich gut behalten im Ohr. Super vergessen, jetzt nicht die direkte, aber das sollte auch nicht das Problem sein. Sitze ist relativ sicher, wobei alle, wo jetzt keinen Flügel haben, meine ich immer noch, dass die nicht 100% sporttauglich sind, denn es könnte irgendwann mal passieren, aber in den normalen Fällen eigentlich nicht. Passive Isolierung, würde ich sagen, ist relativ solide, wobei je nachdem, wenn das Ziel jetzt nicht perfekt ist, höre ich da schon ein bisschen rauskommen. Also da müsst ihr schon darauf achten, die richtigen Tipps zu nehmen. Aber was die meisten Leute nutzen werden, ist die aktive Isolierung, zu der wir gleich kommen. Möchte ich allerdings noch ein paar Worte zur Bedienung verlieren, denn das Ganze läuft ja über die OnePlus-Geräte direkt in der Bluetooth-Steuerung und auch nur mit einem OnePlus-Gerät bekommt ihr die 94 Millisekunden eben Low Latency, was sowieso nicht so low ist, denn die meisten haben mit ARC mittlerweile schon 60 Millisekunden erreicht. Was mich allerdings persönlich viel mehr stellt, ist, dass wir bei der Ohrsteuerung hier Optionen haben, die keine sind, denn kurz drücken oder doppelt drücken ist nicht veränderbar. Ihr könnt das Dreifachdrücken verändern, allerdings auch hier habt ihr nicht wirklich groß, sonst war es dann Optionen, also so limitiert kann man es dann eigentlich auch gleich lassen. Ansonsten könnt ihr noch die Geräuschunterdrückung einschalten, entweder eben, ja hier wie ihr schon sehen könnt, dezent oder eben maximal oder intelligent. Dazu kommen wir gleich noch. Gibt es dann auch noch einen Transparenzmodus oder das Ganze aus. Ihr kriegt jetzt keine Benachrichtung in Form von Worten, sondern nur in Form von Ton, was ein bisschen blöd ist, denn wenn ihr durchswitcht, hört ihr nicht direkt, in welchem ihr hier eigentlich seid. Ansonsten gibt es einen Zen-Air-Modus, eine Ohrheuresitzprüfung, die jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich viel hilft. Allerdings, was das ist, also das macht, ist, die Klangverstärkung, dazu komme ich gleich noch. Auch eine In-Ohr-Erkennung gibt es. Ich habe gehört, die soll nicht ganz so zuverlässig sein, aber ich mache die sowieso generell lieber aus. Und zu der Personalisierung komme ich später noch. Jetzt allerdings eben kurz noch eben zur Noise-Cancelling-Funktion. Mit der Intelligenten passt sie sich je nach Raum ein bisschen besser an, wobei sie nicht mit den Besten der Besten mithalten kann. Also ich würde sagen, sie ist solide, also recht bis sogar ziemlich gut. Manche machen es noch extremer, aber ich denke mal, für die meisten soll es reichen. Wobei man hier erwähnen müsste, dass wenn eben das Noise-Cancelling an ist, das Rauschen auch ein bisschen lauter ist, als bei manchen anderen, die das besser machen. Für mich ist es nicht störend genug, weil ich allerdings Noise-Cancelling sowieso nicht so nutze und das hier sowieso nicht das allzu beste ist, würde ich sagen, ist das nicht für Leute, die darauf höchsten Wert legen, sondern das eher als Bonus sehen, allerdings dann doch den öfter nutzen wollen. Ambient-Modus ist relativ natürlich, man hört sich relativ gut durch, allerdings da wird eben ja Außengeräusche und so weiter das Ganze noch ein bisschen verstärkt und das Rauschen noch ein bisschen stärker, habe ich deutlich natürlicher schon gelöst gesehen, wie gerade im Falle von Jabra. Aber ich denke mal, das Ganze funktioniert so ganz gut. Ansonsten gibt es LDHC, was allerdings noch nicht so wirklich richtig unterstützt wird, werden die meisten wahrscheinlich hier eben ein Vorback auf AAC haben, wo ich eigentlich immer noch das Gleiche sage. Es ist gut genug vom Sound her, beim Delay immer so eine Sache. Also wenn man gerade öfter mal durch ein Video skript, kann da ein bisschen Delay passieren. Ob es jetzt so störend ist, weiß ich nicht. Also wer permanent wirklich Videos und Filme und so weiter gucken soll, er will, der müsste halt auf APTX oder LDHC gehen. Das ist jetzt nicht 100% das, aber meiner Meinung nach okay. Multiconnect haben sie leider nicht. Also man kann switchen, allerdings muss man das Gerät dann halt eben vorher an dem jeweiligen Gerät, wo es aktiv ist, eben kurz trennen. Also schade zu sehen. Was allerdings okay ist, es gibt ein leises Grundrauschen-Abwerk. Also manche wird es vielleicht immer noch stören und da die meisten eben Noisecancing nutzen werden, mit dem dann schon eher sollte erwähnt werden. Was ich allerdings okay finde, ist die Lautstärke fast, sage ich zumindest. Denn sie ist auf jeden Fall überschnittlich laut im Vergleich zum Klassenschnitt. Und mir fehlen hier, wenn ich zum Beispiel jetzt Wavelet nutze, wo ich nochmal extra Gain drauf packe, dann so 2-3 dB, da bin ich völlig zufriedengestellt. In den meisten normalen Fällen, je nach Quelle, also ich nutze meistens Teil, langt sogar auch ein bisschen weniger. Von daher sollte das mehr als sonst eben zufriedenstellen. Mikroqually ist, würde ich sagen, an sich ganz gut, wobei das Hintergrundrauschen ab Werk so ein bisschen so ein Blubbern bei mir verursacht hat. Könnte je nach Umgebung auch ein bisschen anders ausfallen, je nachdem, was die Mikrofone da aufnehmen. Aber eure stille Stimme ist, würde man sagen, relativ natürlich gut hörbar. Es könnte klarer sein, es könnte höher aufgelöst sein, aber ich habe da schon deutlich Schlimmeres gesehen. Kurz noch zur Klangpersonalisierung. Ihr macht einen Hörtest und ihr bekommt verschiedene Töne zugespielt und müsst dann jeweils sagen, ob ihr sie hört. Die Implementierung, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen will, muss ich sagen, ist wirklich schön gelöst. Denn bei manchen kann man da auch das Ganze ein bisschen durchlaufen lassen, ohne wirklich zu hören, was man da wirklich hört. Und dann ist das Ergebnis verfälschend. Hier muss ich allerdings sagen, hat es wirklich einen Vorteil gebracht. Denn ab Werk fand ich den Klang gerade im Mittenbereich so ein bisschen komisch und musste mit dem Equalizer nachtunen, bis es für mich zufriedenstellend war. Ich habe das dann hier gemacht und muss sagen, im Vergleich zu so, wie ich es abgestimmt hätte, war das Ganze ein bisschen höhenbetonter eingestellt, ein bisschen klarer. Dadurch auch ein bisschen schaut ihr auf ein bisschen anstrengender auf lange Zeit. Allerdings hat man dadurch noch ein bisschen extra lautstarker bekommen und es klang auf jeden Fall definitiv besser ausbalanciert. Je nachdem, wie ihr den Test macht, kann das bei euch je nach Gehör auch ein bisschen anders aussehen. Aber ich muss sagen, im Vergleich zu vielen anderen, muss ich sagen, war das Ergebnis hier zufriedenstellend. Wobei ich auch noch sagen müsste, ich bin mir leider nicht 100% sicher, ob dieses klangabgestimmte Profil auf den Buds selber abgespeichert wird, wo es in der Bedienungsanleitung so klang. Allerdings habe ich OnePlus gefragt, konnten die mir das halt nicht bestätigen. Denn der Vorteil hier wäre, dass ihr von Gerät zu Gerät wechseln könnt und immer den Klang mit euch nehmt. Wenn das Ganze jetzt nur auf dem Handy abgespeichert wird und wenn es aktiv ist, ablaufen wird, dann müsstet ihr das halt machen. Aber ich glaube, es wird abgespeichert, klang so zumindest auf die Schnelle, als ich das mit dem iPad noch getestet habe. Beim Klang halte ich mich relativ kurz. Der ist für das Geld, wenn man jetzt rein auf maximalen Klangwert legt, leicht unterdurchschnittlich. Allerdings für den Mainstream in der Klasse absolut überzeugend. Also die Bühne normal, da habe ich auch keine wirklich hohen Ansprüche bei eben Mainstream-TVS, denn die ist nahezu durchgehend auf einem ähnlichen Niveau. Das heißt mittelgroß, natürlich geschlossen, nicht wirklich super luftig, aber alles angenehm und passend, nicht zu klein. Von daher ist alles okay. Auch das Imaging ist sauber. Haben wir hier einen, würde ich mal sagen, gut strukturierten Bass. Könnte höher aufgelöst sein, könnte tiefer spielen, könnte straffer sein und so weiter. Aber für das, was ich eben TWS unterwegs nutze, wo ich nicht maximalen Klang erwarte, völlig zufriedenstände. Also tief genug, könnte noch ein bisschen mehr Wumms haben, kann man natürlich erhöhen und so weiter, aber das passt. Genauso auch wie die Mitten, schön voll, guter Detailgrad, relativ natürlich. Klar, das Ganze geht dann wieder besser, aber das ist hier eben nicht wirklich das, was die Kundschaft auch unbedingt fordert. Gerade auch wie bei den Höhen. Also die Auflösung ist okay, die Höhen sind sauber. Wie schon gesagt, so im Mittenbereich und weiter oben wird es so ein bisschen shorty, ein bisschen anstrengend. Macht ihr die Personalisierung dann nicht, dann auch nicht. Und je nachdem, wie ihr das mit Equalizer auspustet. Aber die Klangqualitäten selber, würde ich sagen, sind auf einem ziemlich guten Niveau. Deswegen ist es ein ordentlicher Allrounder, aber allzu viel müssen wir da nicht rummachen. Sache, ich versuche jetzt mal aus dem Kopf die Vor- und Nachteile aufzuziehen. Vorteile, das Case gefällt mir, also das ist ein bisschen Klappern, ist jetzt kein Problem, aber es ist schön kompakt, lässt sich gut mittragen. Die TWS sitzen relativ sicher und auch relativ bequem, halt ein bisschen gelockt, wie ich schon gesagt habe. Die Bedienung ist leider relativ limitiert, dafür halt relativ zuverlässig, muss ich sagen, mit diesem Drücken. Wobei das halt ein bisschen auf der unnatürlichen Sache ist, sie sehen relativ dezent aus, muss ich sagen. Der Klang ist absolut solide verscaled. Die Anpassung, die Möglichkeit eben von der Software mit dem Klang ist gut. Der Klang ist gut, die Bedienung ist gut, das ANC ist gut, das Ambient ist auch gut. Aber wie ihr schon eben raushört, alles ist gut, vielleicht ein bisschen besser. Also ich möchte es jetzt auch nicht zu schlecht darstellen. Aber das können mittlerweile schon sehr, sehr viele andere auch gut, also weil 150 ist rein für den Klang gesehen meiner Meinung nach ein bisschen zu viel. Wenn ihr dann natürlich rechnet, das Ding lädt relativ schnell in 10 Minuten, 10 Stunden, wobei das für das Case gilt, ist die Akkulaufzeit mit 7 Stunden angegeben. Ich habe es jetzt nicht so genau getestet, weil ich einfach mittlerweile TWS anders nutze. Aber eben, wenn ich von den Bullets 2 Wireless ausgehe, die ich immer noch eher empfehlen würde, laden die so schnell, dass die Akkulaufzeit selber von dem Ding nahezu keine Rolle spielt. Und Empfehlung, ja oder nein, persönlich würde ich sie mir nicht kaufen, denn es gibt noch bequemere mit ein bisschen besserem Klang, wo ich dann halt vielleicht aufs ANC komplett verzichte oder sonstiges. Auch vielleicht ein bisschen weniger Akkulaufzeit habe, aber für mich das stimmigere Paket. Das wellet irgendein Volt, der relativ viel für normales Geld bietet, ja, aber natürlich gibt es Alternativen, also gerade die Soundcore Liberty, ich glaube R2 oder so, die letzten, die ich getestet habe, waren klanglich ein bisschen besser, waren allerdings nicht ganz so bequem. ANC wurde, glaube ich, mit Updates noch ein bisschen nachgebessert, wurde also noch besser, aber das Problem ist halt einfach, bei allen TWS um 150 Euro ist, dass mittlerweile mehr, ich sage jetzt mal, teurer geworden sind, nahezu das gleiche bieten und relativ ähnlich klingen und alles relativ ähnlich machen. Und die stechen jetzt nicht hervor. Das ist vielleicht wirklich das Passende, wenn ihr schon OnePlus eben Nutzer seid und dann eben vielleicht noch die lower Latency haben wollt von 94 Millisekunden, wo andere eben sowieso schon mit ARC 60 erreichen. Von da ist es jetzt auch nichts mehr so herausstechendes, aber ihr mögt vielleicht den Look, ihr mögt den Komfort, ihr mögt eben die Integration mit dem OnePlus Gerät und so weiter. Könnt ihr recht gerne zugreifen, aber ich würde dann eventuell noch ein kleines bisschen mehr zahlen und dann, was eben klanglich, nochmal deutlich besseres kaufen. Dann will ich jetzt keine speziellen erwähnen und so weiter, aber solide, aber umhauen tun sie mich jetzt nicht. Also mein neuer Daily Driver sind sie mit Sicherheit nicht und definitiv nicht in weiß, wenn dann schon eher in schwarz-weiße. Ja, relativ dezent sind und auf Dauer kann man sie ganz gut tragen und sie sind zuverlässig. Ja, das soll es gewesen sein. Ich wollte da nicht auf mehr eingehen, wobei ich es eh schon länger gemacht habe, als ich dachte, aber ja, passt. Wenn ihr noch wenige Fragen habt, dann einfach unten stellen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.